Hallo Leute, ja herzlich willkommen hier wieder bei Dungeon Keeper 2, heute mit einem weiteren Bonus-Level. Ihr seht, die Kampagne ist abgeschlossen, selbst das Schloss hier oben ist inzwischen von Zerstörung geprägt und wir haben echt das ganze Land hier verwüstet, haben eine Spur der Verwüstung durchs Land gezogen und ja, wir machen jetzt einfach mal das dritte Level. Dieses Level ist ein Labyrinth und ja, falls ihr das selber mal zocken wollt, dann solltet ihr jetzt vielleicht erstmal nicht zuschauen, denn ich kenne hier schon einige Sachen, die man machen muss. Also ich muss sagen, ich habe es nicht mehr ganz im Gedächtnis, aber ich weiß noch, welche Hebel ich zum Beispiel hier in diesem Bereich berühren darf, um hier durchzukommen und in diesem Teil weiß ich zum Beispiel auch, hinter welchen Türen sich Indiefallen verbergen und hinter welchen nicht, so wie hinter dieser. Genau, also es gibt einige Überraschungen hier in diesem Level und das geht natürlich mal wieder auf Zeit. Ah, deswegen... Oh Gott, ich habe das überlebt, aber ich habe kaum noch Energie. Lasst uns das nochmal neu starten. Ähm, Restart Level. Yes. So. Es hätte einfach nicht mehr gereicht, wenn ich nur noch so wenig Lebensenergie habe, dann kann ich das nicht mehr schaffen. Denn wir haben nur vier Minuten und in der Zeit müssen wir unser Dungeon-Herz erreichen. Wollen wir doch mal schauen, ob wir das schaffen. Ah, jetzt bin ich hier wieder hängen geblieben. Aber das sollte noch im Rahmen sein, hoffe ich doch mal. So, wir gehen hier durch. Und hoffe ich mal, dass ich es diesmal mit den Indiefallen besser löse, als eben. Und rüber, 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 rüber. Und ich warte mal eben, der müsste gleich kaputt werden. Genau. So, hier gibt es auch wieder einige gemeine Fallen, die ich jetzt aber nicht auslösen werde, weil ich den Weg, den Trick hier zum Glück kenne. Und das hier ist auch recht gemein. Hier kommen wir nämlich total ins Kreuzfeier der Wächterfallen. Aber, kein Problem für uns. So, jetzt wird es interessant. Die Falle hat letztes Mal bei mir total falsch getriggert, irgendwie. Gut, diesmal ging's. Rennen wir auch vorbei. Und jetzt kommt was ganz Böses. Totales Wirrwarr, da werde ich mich erstmal nicht reinwarten. Oh, wo kam denn die noch her? Gut, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Und ich werde mich mal eben hier rein verstecken, dann da vorne die Indiefalle muss ich noch auslösen. So. Warten wir, bis die vorbeigerollt ist. Und warten mal, bis die zerstört wurde. Jetzt haben wir ein bisschen Energie wieder verloren. Ah, die Indiefallen sind teilweise halt echt ein bisschen, ja, ähm, unberechenbar. Gut, ich renne jetzt hier durch. So. Okay, hier an dieser Stelle werden wir uns jetzt mal unsere Skelette mitnehmen. Und ich switche schon mal auf den Finger des Bösen, oder keine Ahnung, wie dieser Zauberspruch heißt. Schieße hier auf den Ritter. Und greife ihn an. Na los, kommt Skelette. Sehr schön. Einmal die Tür zerstören. Und wir haben noch zwei Minuten Zeit. So, jetzt müssten wir hier lang gehen, genau. Unsere Skelette sind jetzt nämlich, äh, von uns getrennt worden wieder. Und wir rennen hier einfach rüber. Und hier weiß ich noch nicht genau, wie man es jetzt wirklich machen muss. Weil wenn ich jetzt, äh, hier lang gehe, dann wird die Indiefalle gleich ausgelöst. Ihr seht das genau. Uiuiui. Da muss man gleich aufpassen. Boah, die hat mich auch schon wieder teilweise erwischt. Also unsere Energie ist jetzt wirklich sehr niedrig. Und ich hau erstmal ab hier. Okay, das haben wir geschafft. Und die letzte. Na komm. Löse schon aus. Sehr schön. Gut, das heißt, wir können jetzt hier rüber. Und sind bei unserem geliebten Dungeon-Herz angelangt. Das hat doch gut geklappt. Wie gesagt, das Level ist eins der schwereren Level, wenn man das noch nicht kennt. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Du hast einen Minute. mit.